Das ist ein Zeichen, das wird weit über Thüringen aus wahrgenommen werden. Der künstlich herbeigeschriebene grünen Höhenflug ist hiermit beendet. Die Menschen hier im Land wollen eine Politik auf der Basis des gesunden Menschverstandes. Die wollen keine ideologischen Wolkenkuckuckshalme mit Steuermilliarden finanzieren. Auch das ist ein klares Signal hier aus Thüringen. Liebe Freunde, was vor allen Dingen ein klares Signal ist, hier aus Thüringen, aus Brandenburg und aus Sachsen, dass wir der Partei jetzt den Weg gewiesen haben. Und das möchte ich abschließend noch betonen. Schauen wir in unsere europäischen Nachbarländer, schauen wir, wie erfolgreiche Geschichten geschrieben werden, wenn wir ein erstarrtes Kartellparteien-System aufbrechen wollen. Der Weg des Erfolgs ist der Weg des solidarischen Patrottismus. Nicht nur für Thüringen, nicht nur für Brandenburg und Sachsen, nicht nur für den Osten, wo wir jetzt schon eine neue vitale Volkspartei sind, sondern für Gesamtdeutschland. Aus! 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 Aus Vielen Dank.